Darf ich mir Ihre Vorstellungskraft ausleihen? Ich kann mich in jeden einfühlen. Seine ganz besondere Gabe. Sie haben eine sehr spezielle Art, die Dinge zu betreiben. Ist sein ganz persönlicher Fluch. Es fällt mir schwerer und schwerer, mich zum Hinsehen zu zwingen. Es macht mich kaputt. Bin das größte Monster. Ich brauche Ihre Hilfe bei einem psychologischen Profil. Ist viel mehr, als er glaubt. Haben Sie gerade an mir gerochen? Das ist Dr. Lecter. Ich kann dir helfen. Dieser Art von Psychopath ist mir unbekannt. Er wird nirgends beschrieben. Was ist er dann für ein Irrer? Mutz Mickelson, Lawrence Fishburne, Hugh Dancy. Ich finde sie nicht so interessant. Noch nicht. Hannibal. Das neue Serienhighlight.